J.B.G. ist das neue Carlo-Koks-Nutten. Farid Bang über Selfmade Records. Ich hatte für mein erstes Album Asphalt Massacre sehr viel Props aus der Szene bekommen. Auch von Elvir, der meine Musik sehr gut fand, oder von Fave, der mein Album vor seinen Konzerten während dem Einlass hat spielen lassen. Elvir hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für den Sampler ein Feature mit Kollegah und Favourite zu machen. Ich war sofort am Start. Auf Chronik 2 war mit Kollegah, Casper, Materia und mir damals schon die heutige Deutschrap-Elite vertreten. Das war eine gute Sache für Deutschrap. Auch die Bonus-DVD war der Hammer und so gesehen der Startschuss für die Ära der Videoblogs. Es war damals ein gemeinsames Album von Favourite und Kollegah in Planung, was für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Dann hat Elvir sich bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht Lust auf ein gemeinsames Album mit Kollegah hätte. Dann sind wir ins Studio gegangen und haben das Album gemacht. Wir haben uns einfach so benommen wie immer. Wenn Kollegah und ich zusammen sind, schaukeln wir uns immer weiter hoch und es nimmt einfach kein Ende. Kollegah ist richtig durch, aber ein geiler Typ und sehr angenehmer Mensch, dessen Loyalität und Hilfsbereitschaft ich genauso schätze wie sein Talent. insignificant. Kleiner